Seltene Erden und Technologiemetalle sind rar. Wir finden sie in fast allen Bereichen unseres Alltags und sie sind die wichtigsten Rohstoffe des 21. Jahrhunderts. Sie sind für die Herstellung von Mobiltelefonen, Computern, Windkraftanlagen oder Solarzellen unverzichtbar. Sie sind nur bedingt durch andere Elemente zu ersetzen und der Bedarf steigt kontinuierlich. In unserem auf dem Markt einmaligen Geschäftsmodell ermöglichen wir Ihnen, in diese Rohstoffe zu investieren. Das Wichtigste dabei ist, die Rohstoffe werden von unseren Kunden physisch erworben. Für eine versicherte und geschützte Lagerung sorgt unser Partnerunternehmen Medlock in einem hochgesicherten Bunker als Zollfreilager in Frankfurt am Main. Wie das funktioniert und welche Technologiemetalle für Anleger die interessantesten sind, verraten wir Ihnen gerne. Wir haben seit 25 Jahren Erfahrung auf dem Markt und kennen die Entwicklungen und Prognosen. Nutzen Sie diese Chance und senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage. Das beste Investment ist ein gutes Gespräch. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.